servus zusammen herzlich willkommen zurück zu anno 1800 in der letzten folge haben wir uns ja ein bisschen mit dem neuen dlc beschäftigt haben kaufhäuser gebaut und haben auch schon die ersten hochhäuser hier stehen zumindest mal auf stufe 1 auch hier noch mal der hinweis auch das ist jetzt noch mal eine weitere folge die ich leider nach kommentieren muss denn durch das letzte spielupdate hatte ich ja so ein kleines audio malheur also wir machen mal weiter sehen zu dass wir ein bisschen vorankommen mit der quest wir sollen hier ein patent auswählen ich lese mir das jetzt nicht alles im detail durch ist auch glaube ich nicht so wichtig ehrlich gesagt da geht es eben nur darum was als nächstes in den kaufhäusern produziert werden kann und in dem fall denke ich haben wir einfach die auswahl zwischen dem kühlschrank und dem staubsauger und früher oder später wenn wir sowieso alles bauen können also ich denke es macht überhaupt gar keinen unterschied was man hier auswählt so das nächste wäre dann eben der staubsauger das wäre erledigt donny ist natürlich begeistert und beauftragt dann hier seine komische wissenschaftlerin oder was das sein soll hier an diesem patent zu arbeiten hier die theodora okay heißt wir müssen jetzt einfach ein bisschen warten bis dieses patent fertig ist und dann können wir hier im kaufhaus neue waren anbieten bislang können wir nur truster verkaufen nächste stufe ist ein staubsauger geschirr kühlschränkte schränke und aktenkoffer okay gut dann müssen wir da wohl ein bisschen warten bis es da vorangeht was machen wir in der zwischenzeit gute frage also wie gesagt ich kommentiere das ja nach und schaue mir selber beim spielen zu und weiß dann auch nicht mehr so ganz was ich mir eigentlich in dem moment dabei gedacht habe aber wir sehen schon es kommt so alles ganz anders als gedacht es gibt ein problem und zwar ist was gestohlen worden jemand ist in das büro eingebrochen und da kommen wir jetzt dann wohl ins spiel dadurch verzögert sich halt diese ganze entwicklung von dem patent oder kommt sogar zum erliegen und wir müssen dann da irgendwie mal ein bisschen eingreifen und hilfestellung leisten ohne dieses material können wir mit dem prototypen nicht fortfahren und dann ploppt hier auch eine neue meldung auf und wir sollen celluloid liefern und da entschuldige ich mich schon mal vorab es hat ziemlich lange gedauert bis ich da überhaupt irgendwie verstanden habe worum es da genau geht also wir sollen 15 tonnen celluloid liefern celluloid nie gehört also gab es einfach bislang nicht in anno 1800 und da habe ich lange gebraucht um das rauszufinden worum es da eigentlich geht also irgendwie müssen wir halt celluloid erschaffen und da ist guter rat halt jetzt teuer wo kriegen wir celluloid hier keine produktionsmöglichkeit bislang in den ganzen fabriken und so weiter was wir halt so haben und da stand ich dann wirklich lange auf dem schlauch deswegen es kann ein bisschen dauern bis wir da vorankommen aber keine sorgen wir kommen auf jeden fall ganz gut noch voran in dieser folge also schauen wir mal kaufhaus katalog da gibt es natürlich kein celluloid da gibt es einfach nur fertige produkte die hier produziert werden schauen wir noch mal hier ins aufgaben buch rein da werden auch nicht schlauer draus schauen noch mal ins aufgaben buch ich habe dieses aufgaben buch oft geöffnet in dieser folge auf der suche nach dem verdammten celluloid fenster sind angeliefert worden noch mal ein ganzer schwung auch sehr gut nebenbei bemerkt denn das brauchen natürlich für den weiteren ausbau der ganzen hochhäuser kann man es vielleicht importieren war dann mein nächster gedanke wäre ja auch naheliegend aber da ist auch nichts neues aufgeploppt also celluloid taucht hier leider auch nicht zum import auf das wäre natürlich eine sehr sehr einfache lösung gewesen gut können wir auch vergessen kein celluloid durch import dann ja wie gesagt ratlosigkeit macht sich bereit und ich habe halt überlegt wie komme ich jetzt an das verdammte celluloid dran habe noch mal das büchlein geöffnet glaube ich noch drei vier mal habe mir dann hier angeschaut also ich habe dann auch überlegt irgendwann im laufe der zeit ist es vielleicht ist das so eine art wimmel bild aufgabe weil hier haben wir ja diesen ziel ort auch quasi grafisch dargestellt als hier dieses grüppchen um die theodora versammelt vermute ich mal mit ihren kolleginnen und kollegen die hier auch alle relativ ratlos sind wie mir scheint und ja ich habe mir tatsächlich überlegt ob hier vielleicht irgendwelche kisten rumliegen weil diese wimmel bild aufgaben sind ja relativ gebräuchlich in den ganzen annus spielen dass man halt irgendwelche sachen einsammeln muss deswegen fand ich den gedanken tatsächlich gar nicht mal so abwägig hier ein bisschen rumzulaufen und zu schauen aber hier irgendwo celluloid rumliegen haben habe dann die ganze gegend noch mal so ein bisschen abgescannt habe geschaut habe ich irgendwo irgendwas übersehen kann ich es vielleicht in diesen mehrzweck fabriken produzieren aber da haben wir halt auch nur fahrstühle kekse und schreibmaschinen zur auswahl also auch da wieder nur fertige produkte die auch alle kein celluloid benötigen scheinbar zumindest und weiterhin ratlosigkeit keine kisten die rumliegen also habe ich mich erst mal wieder ein bisschen was anderem gewidmet damit wir hier nicht irgendwie die nächsten 20 minuten mit celluloid suche verplempern hochhäuser müssten wir theoretisch dann schon ausbauen können nochmal der letzte blick ins inventar verzweifelt ob nicht doch irgendwie magisch celluloid aufgetaucht ist schokolade so das ist jetzt tatsächlich ein problem haben wir gerade schon gesehen glaube ich wenn wir in die hochhäuser reingehen da ist das bedürfnis nicht zu 100 prozent gestillt und deswegen haben wir hier nur 54 von 55 wir brauchen aber 55 um auf die nächste stufe zu kommen damit wir mehr häuser hier aufwerten können schon mal aber es ist jetzt auf 99 hochgegangen also vielleicht ist es nur eine frage der zeit und wir müssen hier einfach noch ein bisschen geduld haben bis der blaue balken dann grün wird aber sobald das der fall ist müssen wir zumindest mal die ganzen hochhäuser schon wieder eine stufe höher bringen können dann schauen mal schokolade ist zwar vorhanden aber nicht wirklich viel also sehen wir mal zu dass wir davon vielleicht noch ein bisschen was importieren nehmen wir den hier mal raus dass wir erst mal nicht mehr brauchen das haben wir ja eigentlich nur für die fahrstühle gebraucht den stahl und fahrstühle sollten wir in der zwischenzeit mehr als genug haben also werden wir ein bisschen schokolade importieren einfach um die lagerbestände aufzufüllen damit die erst mal zufriedengestellt sind können sie da ihre schoki futtern werden sie in ihrem hochhaus sitzen und den panoramablick genießen so dann schauen wir mal so balken ist grün wir können sehr schön stufe zwei haben wir dann erreicht gewöhnliches panorama immer noch aber immerhin besser als bescheidenes panorama dann hier was ich hier eigentlich erzählen wollte weiß ich auch nicht mehr wahrscheinlich haben mir die dico maßnahmen im nachhinein nicht mehr so ganz gut gefallen zwischen den häusern vielleicht werden wir das auch noch mal verändern ich weiß nicht mehr ich kann den gedankengang nicht mehr nachvollziehen so aber wie dem auch sei sie einmal zu dass wir noch ein paar häuschen ausbauen zweimal ausgezeichnete panorama effekte also wir müssen auf jeden fall höher hinaus und dann kommt hier irgendwie so eine warnung ins spiel schauen wir uns natürlich an wer zugrunde gehen soll der wird zuvor stolz und hochmut kommt vor dem fall sehr geehrter mr bader verzeihen sie das dramatische zitat doch ich sehe mich in der pflicht sie bezüglich ihrer derzeitigen missachtung der sicherheit ihrer mitarbeiter auf ihren baustellen zu ermahnen außerdem habe ich grund zur annahme dass sie wichtige bauverordnungen geradezu verbiegen um ihre bauvorhaben schnellstmöglich fertig zu stellen handeln sie mit mehr verantwortung ein besorgter bürger besorgter bürger ja die haben ja gerade noch gefehlt besorgter bürger hier in crown falls kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gebrauchen bin ich auch mal gespannt wie sich das noch weiterentwickelt also ich könnte tatsächlich könnte mir vorstellen dass es noch irgendwie probleme gibt wenn man die dinge noch höher baut wer weiß vielleicht gibt es dann mal irgendwie eine sabotage aktion oder stellt sich tatsächlich heraus dass ich hier irgendwie diverse baumaßnahmen bauvorschriften missachtet habe und mir dann so ding mal zusammenbricht oder sowas also irgendwas wird da ja noch kommen denke ich mal aber fände ich mal ganz nett solche geschichten mit einzubauen so die können wir auch noch aufwerten den auch 155 leute passen dann da rein in so ein gebäude dass die werden ja noch richtig massiv da kommen ja noch zwei weitere ausbaustufen mindestens da werden wir da deutlich über 200 leute drin wohnen haben das ist schon cool und alles investoren natürlich also nicht dass es nötig hätten geld ist auf anschlag mehr mehr geld können wir gar nicht einlagern links oben die was sind das 1000 millionen sollen das wahrscheinlich sein ich weiß nicht genau mehr geht halt nicht aber einflusspunkte gibt es halt und das ist natürlich auch nicht so schlecht so wir bauen noch mehr häuser auf aus denn wir brauchen ja insgesamt 15 das ist dann so die nächste stufe die wir erreichen müssen und das haben wir jetzt damit auch getan und dann brauchen wir noch ein ingenieurs ein ingenieurs wolken kratzer von den ingenieurs häusern befinden sich halt nicht allzu viele in den einflussgebieten der der kaufhäuser aber ich denke mal nur um in der quest voranzukommen reicht es ja wenn wir nur dieses eine tatsächlich auf stufe 2 aufbauen und das aber damit auch erledigt okay das passt schon celluloid problem ist natürlich immer noch nicht gelöst wir schauen noch mal ins aufgabenbuch kann es sein dass irgendwas neues dazugekommen ist und lesen uns den scheiß noch mal durch auch wenn es überhaupt nichts bringt und wir schauen noch mal ins aufgabenbuch wer weiß vielleicht hat irgendwas übersehen also zu dem zeitpunkt wäre ich dann glaube ich auch als zuschauer schon durch den monitor anbrüllen und aber mal ganz ehrlich also seid ihr da diejenigen von euch die das dlc auch installiert haben seid ihr da schnell drauf gekommen wo wie er an das celluloid kommt weil ich habe da wirklich lange gebraucht bis mir das mal klar wurde wo denn eigentlich das celluloid herkommt ich habe dann noch mal geschaut ob vielleicht irgendwie kisten irgendwo versteckt sind hier in den wohnvierteln in der innenstadt aber das war natürlich auch auf dem holzweg aber trotzdem muss ich sagen der gedanke ist jetzt nicht total abwegig trotzdem war das auch alles nicht sonderlich zielführend kisten liegen offenbar keine rum und das wäre dann auch irgendwie ein bisschen offensichtlicher gewesen also lassen wir das zelle leuten noch mal kurz links liegen denn was ich auch noch ausprobieren wollte unbedingt ist ob man mit diesem ballon vielleicht mitfahren kann ob man einsteigen kann hätte ich ehrlich gesagt schon sehr schön gefunden und es war doch auch ein bisschen enttäuschend dass das nicht funktioniert ähnlich wie diese geschichte mit dem eisernen turm das hätte man ja durchaus einbauen können und ich denke mal technisch sollte das schon möglich sein also man kann ja auch mit dem erst der roller coaster der mit mit der achterbahn kann man ja auch mit fahren also warum kann man nicht hier in dieses ding einsteigen in den in den heißluftballon hätte schön gefunden ehrlich gesagt also hätte die sache dann doch ein bisschen abgerundet würde ich mal sagen weil das bestimmt eine nette perspektive ist immer in dem ding drin sitzt first person mäßig aber ja hat leider nicht funktioniert kann man nicht einsteigen außer ich habe es irgendwie nicht ganz überrissen wie das funktionieren soll aber ich habe alles ausprobiert die gängigen dinge und das hat nicht funktioniert und die steigen ja schon relativ weit auf also kriegt den kaum zu sehen wenn ich hier nach oben schaue muss da den nacken schon sehr über strecken hätte ich cool gefunden aber wie gesagt ich hätte auch bei dem bei dem eisernen turm cool gefunden wenn man da einfach sobald er fertig gebaut ist und betrieb ist wenn man einfach mit dem lift hochfahren kann oder von mir ist die treppe hochlaufen die voraussetzungen wären ja da gewesen das ist halt ein bisschen schade nett anzusehen allemal wenn die heißluftballone da aufsteigen aber leider nicht nutzbar in dem sinne ok na gut wir laufen noch mal ein bisschen durch die stadt denn die hochhäuser sind ja jetzt eine stufe größer geworden müssen wir uns natürlich auch noch mal ansehen so wir nehmen natürlich den bahnübergang und lauf mal hoch richtung eisernen turm und das sieht auch aus der perspektive doch schon ziemlich gut aus muss man schon sagen also das verändert das stadtbild bild schon signifikant kann man vielleicht sagen schon cool bisschen schade finde ich tatsächlich dass auch die geschichte mit dem panoramablick dass die quasi immer freistehend müssen also ich neige hat würde tatsächlich dazu neigen irgendwann auch mal so eine ganze häuserzeile einfach als als hochhäuser aufzubauen so ein bisschen manhattan mäßig also das fände ich glaube ich schon ganz ansehnlich auch wenn die dann halt rum heulen wegen panoramablick und so weiter aber würde glaube ich ganz cool aussehen aber auch so ist es schon wirklich eine ansehnliche geschichte und noch mal zur erinnerung dass es ja erst stufe zwei da kommen noch mal zwei oben drauf und dann sind das schon ganz schöne klopper die hier rumstehen die werden halt nach oben hin immer spitzer zu laufen nehme ich mal an aber es hat schon was also gefällt mir gut generell muss ich sagen das dlc also habe ich spaß dran und ich erwarte mir immer relativ wenig von den dlcs ehrlich gesagt weiß gar nicht warum aber es ist so aber letztlich bringen sie dann doch immer noch mal eine ganze menge spiel spaß mit sich und nette neuerungen und hier mit den hochhäusern die ja wie gesagt tatsächlich das ganze stadtbild noch mal ordentlich verändern kaufhäuser dazugekommen neue produktionsketten und so weiter quest ist auch ganz nett bislang also kann man nicht meckern und das ist ja alles in diesem season pass enthalten der ist natürlich jetzt nicht ganz günstig ich weiß nicht mehr was ich dafür gezahlt habe so dann bin ich mal drauf gekommen hier dass es sich vielleicht bei den anderen produktionsketten irgendwo versteckt und da ist nämlich jetzt auch celluloid mit dabei hat man gerade schon kurz gesehen also wenn wir gleich mal in die neue welt rüber springen müssen um das celluloid problem zu lösen nein aber wie gesagt um das noch mal abzuschließen also ich finde es cool das neue dlc ich kann da nichts schlechtes darüber sagen ich habe spaß dran und da werden wir sicherlich noch eine ganze weile mit vor uns hin basteln so interessant also die ornamente sind tatsächlich auch in der neuen welt verfügbar und aber darum geht es eigentlich gar nicht wir brauchen wir brauchen celluloid hier ist auch noch mal da sind auch noch mal und hier sieht man es dann auch celluloid ist eine eigene produktionskette in der neuen welt vorbedingungen 15 wolken kratzer stufe 2 und hier können wir dann eben auch die kaugummis tatsächlich schon produzieren vorbedingungen haben wir erfüllt und die rohstoffe müssten eigentlich auch alle da sein also zucker kautschuk und zimt lassen wir bereits alles hier seit geraumer zeit in der neuen welt schon produzieren können wir gerade mal schauen ob wir uns das vielleicht schon erlauben können hier mit den mit den kaugummis da legen wir mal den mindestlager bestand fest damit hier nicht alles abtransportiert wird kakao ist auch ein bisschen knapp kautschuk brauchen wir noch ist ausreichend vorhanden auch da lege ich noch mal den mindestlager bestand fest damit wir einfach hier immer für die kaugummi produktion ein bisschen was vorhanden haben und zimt das ist ja diese baumschulen geschichte kann aber sein dass der zimt hier gar nicht angeliefert wird sondern der wird wahrscheinlich direkt nach crown falls abtransportiert deswegen müssen wir da einfach ein bisschen umdisponieren die baumschulen sind hier drüben alle glaube ich aufgebaut da sind die lager auch ziemlich voll wo haben wir denn zimt kokosöl da ist zimt wird abtransportiert hier zwischengelagert und dann geht es direkt weiter nach crown falls deswegen werden wir da einfach noch mal ein schiffchen bemühen das mir dann den zimt hier her transportiert denke ich mal dann ist halt die frage also die nächste frage wäre dann wo stellen wir die kaugummifabrik hin weil neu giesing also der große nachteil dieser insel ist halt die ist nicht allzu groß und irgendwie jetzt brauchen wir aber auch auf die schnelle einfach noch ein schiffchen für eine weitere transportlinie einfachste lösung wir kaufen einfach mal schnell eins hier bei der isabelle dann nehmen wir auch gleich ein großes wir haben es ja ich meine wir haben einschlusspunkte ohne ende da brauchen wir nicht sparsam sein damit wir dann den das den zimt glaube ich sagt man von hier nach da bekommen und da werden wir dann die kaugummifabrik aufstellen dann sehen wir zu dass wir diese vorbedingungen für die celluloid produktion noch erfüllen und dann glaube ich sind wir wieder einigermaßen auf der schiene sozusagen dem fortschritt entgegen so wo ist jetzt dieses verdammte schiff moment wir haben es gleich kriegen wir hin der muss ja hier irgendwo rumschippern da okay pelikan nennt sich der gute okay also nochmal route ich habe wahrscheinlich nicht auf einrichten geklickt also ich habe die route nicht abgeschlossen nein definitiv nein nochmal handelsroute von hier nach da einmal zimt einladen und schiffchen drauf pelikan haben wir gesagt okay den gibt es auch nochmal einmal als luftschiff variante da ist er pelikan annehmen und auf geht's dann haben wir das erledigt da fehlt tatsächlich ah sieh mal an habe ich total übersehen da haben sie mir irgendwann der willi war es wahrscheinlich einen öltanker zusammengeschossen okay dann ist die überlegung was fehlt hier alpaka weide an zucht zuchtflächen ja okay kann man glaube ich drüber hinweg sehen ist nicht so wichtig müssen wir vielleicht mit der produktion hier nochmal ein bisschen was verändern eigentlich zimt ja kann sicherlich nicht schaden denn wir brauchen zimt brauchen wir ja in crown falls und jetzt neuerdings hier auch für die kaugummi produktion also gibt es nochmal mehr zimt allerdings erstmal nur in der blau pause weil bretter fehlen und was man dann auch wieder sagen muss das DLC ist dann doch auch umfangreicher als zunächst gedacht es erstreckt sich dann doch auch über verschiedene Inselwelten wir sind gezwungen hier nochmal mehr zu machen jetzt mal hier vielleicht ein bisschen umdisponieren Zitrusfrüchte meine ich haben wir wirklich genügend dann stellen wir hier mal auf Zimt um und hier auch nochmal okay das sollte dann genügen das heißt wir haben eine neue Zimt Fabrik wollte ich schon sagen Zimtplantage sozusagen und zwei haben wir umgestellt dann müssen wir natürlich noch schauen dass wir irgendwie ne Kaugummifabrik hier reingequetscht bekommen und wahrscheinlich werde ich trotzdem irgendwann an dem Punkt sein wo ich hier echt massiv auslagern muss aber es ist halt so eine Höllenaufgabe ich habe da macht halt keinen Spaß aber irgendwann wird es zwingend notwendig sein so hier hatten wir noch Kampfer können wir jetzt auch anbauen neuerdings und generell habe ich den Eindruck dass hier deutlich mehr Ornamente verfügbar sind in der neuen Welt die bislang nur in der alten Welt funktioniert haben glaube ich zumindest ganz sicher bin ich mir da auch nicht aber da ist schon ein bisschen was dazu gekommen meine ich so Arbeitskraft sieht gut aus ist noch die Frage wo kriegen wir jetzt hier so ein Ding reingequetscht noch den könnte man vielleicht wegnehmen wäre eine Option ich meine Holz kann ich das wäre tatsächlich das leichteste um das auszulagern Bretter haben wir ja genügend und die brauchen wir glaube ich hier vor Ort brauchen wir halt die Bretter für die Rubbenproduktion also für die Fässer glaube ich zumindest na schön Kaugummi Produktionskette Mehrzweckfabrik Arbeitskraft reicht nicht ganz da werden wir noch ein bisschen nachbessern müssen aber wir schauen mal wie groß ist das Ding naja nicht klein nicht wirklich groß puh und viele von diesen ganzen Fabriken die hier stehen sind halt auch wirklich schon auch mit vielen Items beeinflusst und deswegen das nochmal umzubauen macht die Sache halt nochmal ein bisschen schwieriger dann die ganzen Wohngebiete sind natürlich auch da kann man auch nicht dran gehen hier am Rand haben wir auch nichts mehr frei es wird schon eng hier in Neugiesing es wird wirklich eng hier vielleicht wenn wir die Bäume wegreißen aber es reicht auch nicht dass der Platz einfach nicht vorhanden hier auch nicht definitiv nein wenn man so ein bisschen mildes Terraforming zumindest so in Uferbereichen machen könnte das wird dem Spiel schon auch echt gut tun aber hilft alles nichts wir müssen mit dem klarkommen was wir haben hier irgendwie vielleicht in der Ecke könnt ihr mir vorstellen dass wir da noch was reingequetscht bekommen den Zoo da könnten wir natürlich auch schon dran gehen und den einfach ein bisschen verkleinern oder ein bisschen umdisponieren da muss jetzt einfach ein bisschen was weichen glaube ich wir bauen mal ein bisschen um hier ja zwei Lagerhäuser auf engstem Raum aber die brauchen wir einfach um das ganze Zeug hier abzut transportieren und um die ganze Industrie hier zu versorgen das geht einfach nicht anders und die sind sowieso schon überlastet trotz maximaler Ausbaustufe so Kaugummifabrik schwierig müssen wir vielleicht wenn wir die Straße ein bisschen umbaut wenn wir Produktionsgebäude nochmal ein bisschen verschiebt schauen wir mal irgendwie kriegen wir das hier schon reingequetscht zur Not nehmen wir hier halt auch nochmal was weg vom Zoo der ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig kann das ja noch ein bisschen versetzen hier drüben können wir noch einen andocken so dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Freiheit gewonnen hier können hier nochmal ein bisschen umbauen da zieht man noch eine Straße durch so das müsste doch eigentlich genügen hier oder für eine Kaugummifabrik ja das funktioniert jetzt haben wir noch nicht es fehlt ein verdammter Ziegel 45 brauchen wir 44 haben wir okay das ist jetzt aber schon ein bisschen ärgerlich na gut muss man halt Ziegel hierher karren und dann bauen wir das Ding vielleicht auch erst in der nächsten Folge fertig schauen wir mal hier nochmal ein bisschen umdisponieren in der Hoffnung dass ich Ziegel zurückgewinne wenn ich die Straßen wegreiße aber das funktioniert leider auch nicht ich habe dann keine Möglichkeit gefunden auf die Schnelle noch ein Ziegel herzubekommen ja was machen wir denn was machen wir denn gut hilft alles nichts wir gehen nach Giesing wo hoffentlich genügend Ziegel vorhanden sind und zum Glück haben wir hier auch das Luftschiff stehen und Ziegel ist hier auf Anschlag deswegen machen wir den einmal voll und schicken den in die neue Welt so und Abflug na gut das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern dann werden wir das in dieser Folge nicht mehr fertig bekommen stattdessen hier sind wir soweit ok sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut denn das müsste dann ja ok die brauchen noch ein bisschen hier wir sind ok Stufe 2 aber da fehlen halt jetzt die Kaugummis aber wir können die restlichen Gebäude auf jeden Fall zumindest schon mal auf Stufe 2 aufwerten das funktioniert ok 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 nicht Angriffspakt kannst vergessen Willi also ganz ehrlich einfach nur nein ok da geht aktuell nichts da fehlen auch die Kaugummis und eins was noch nicht freigeschalten ist hier an Vorbedingungen Einrichtungshaus ok ok da kommt also nochmal was dazu interessant also ich prophezei mal das DLC wird uns tatsächlich noch eine ganze Weile beschäftigen na gut kriegen wir noch irgendwas Produktives hin in dieser Folge schauen wir noch mal ins Aufgabenbuch also das mit den 15 Wolkenkratzern auf Stufe 2 haben wir auf jeden Fall jetzt mal abgeschlossen bedeutet eigentlich sollten wir mit dem Zelluloid doch jetzt auch vorankommen aber ich glaube ich hatte andere Pläne für den Rest der Folge wir gehen noch mal ein bisschen spazieren oder auch doch nicht ich weiß es nicht mehr was ich eigentlich vorhatte hier ich komme gleich drauf ich glaube ehrlich gesagt ich wollte nochmal mit der Scheinwerfergeschichte ein bisschen was veranstalten weil das ja schon also wirklich eine nette Geschichte ist deswegen ja genau das war es das gibt es zum Abschluss jetzt hier nochmal kleinere Umbaumaßnahmen und wir werden einfach hier die ganze Sache nochmal ein bisschen ausleuchten und uns die Scheinwerfer zunutze machen und das mit dem Zelluloid das kriegen wir dann schon alles noch gebacken keine Sorge so da haben wir sie große Scheinwerfer glaube ich eh egal wie man die ausrichtet weil die die schwenken ja ziemlich per Zufallsprinzip in der Gegend rum dann mischen wir hier noch ein paar kleinere Scheinwerfer drunter und dann haben wir hier mal diesen ganzen Bereich so ein bisschen beleuchtet rund um die Hochhäuser und da schauen wir uns natürlich auch noch an sehr cool ich kann mir vorstellen dass das wirklich gut aussieht wenn man das wirklich praktisch vom Hafen ausgehen Richtung Eisernaturm Richtung Palast hoch wenn man das komplett ausleuchtet ich meine das ist natürlich jetzt auch eine miese Nummer die werden die komplette Nacht werden hier die Wohnhäuser angestrahlt kein Mensch kann mehr schlafen schön mit dem Flutlicht in die in die Schlafzimmer rein sieht auch eher aus wie so Suchscheinwerfer aber es hat was also ich find's cool wenn man sie noch steuern könnte das wär geil oder wenn man halt irgendwie einen Bereich diffidieren könnte wo sie hinleuchten oder vielleicht auch nur praktisch geradeaus nach oben in den Nachthimmel hinein wär auch cool aber wer weiß vielleicht kriegt das ja noch jemand gemoddet keine Ahnung ob das möglich ist aber es hätte was so ist natürlich schon ein bisschen mies wenn einfach die ganzen Wohngebäude die komplette Nacht angestrahlt werden keiner kann mehr schlafen drei Tage wach aber es sieht gut aus und darum geht's sind die Lichtkegel eigentlich wirklich unterschiedlich bei den großen und bei den kleinen Scheinwerfern bin mir nicht so ganz sicher aber schon cool na gut aber das soll's erstmal gewesen sein für die heutige Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen macht's gut und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal